Also würde mich freuen, wenn jetzt hier Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen noch mal ein bisschen zur alten Innovationskraft der 90er Jahre zurückfindet und wenigstens kleine Schritte noch mal macht, jetzt Richtung Liberalisierung bei Cannabis, also jetzt keine Freigabe oder so, wo immer alle von reden, sondern weniger Hatz auf Konsumenten, einfach die kleinen Fische in Ruhe lassen, weniger Druck durch die Polizei, aber auch konkrete Beschlüsse, gerne auch der Vorschlag der Piraten, mal eine Bundesratsinitiative zu machen und am besten ein kleines Modellprojekt zur Cannabisabgabe. Was mir noch gefehlt hat in der Anhörung ist das Thema Eigenanbau, da ist jetzt gar nicht drüber gesprochen worden. Im Zusammenhang mit dem Patienten hätte ich es vielleicht auch selber noch mal sagen sollen, auch das gehört zur Entkriminalisierung dazu, dass man einfach Leute selber ihre Handpflanzen anbauen lässt. Auch das entzieht dem illegalen Markt Umsatz und auch bei der geringen Menge mal so als erstes Schrittchen, das kann das Land sogar relativ schnell machen. Die Anhörung hat vor allem gezeigt, dass das Modell der kontrollierten Cannabisabgabe eine Riesenverbesserung für die vielen Schmerzpatienten wäre und einen großen Beitrag zur suchtpräventiven Arbeit, aber auch dem Jugendschutz leisten könnte. Unter anderem haben das auch die Vertreter vom HAMF-Verband und Herr Dr. Hallmann von der Ginkgo-Stiftung für Prävention gefordert. Wir Piraten werden nicht lockerlassen, bis Rot-Grün endlich aus dem Quark kommt und sich was bewegt. Wir werden immer wieder dieses Thema auf die Tagesordnung bringen und immer wieder darüber diskutieren, bis der Letzte verstanden hat, worum es da eigentlich geht. ... 置end zwei zwei drei d ,uli